Es ist mir eigentlich schleierhaft, wieso ich nicht in den Ruhestand komme. Also ich habe keinen Grund in dem Sinne, aber es entspricht mir einfach nicht. Es ist so, wenn ein Thema an mich kommt oder irgendeine Aufgabe an mich kommt, dann packt mich das und dann kann ich nicht anders als das machen. Und ich bin dann fast wie erleichtert, wenn es dann vorbei ist und wenn ich es gemacht habe. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich jetzt sterbe und Gott kommt und sagt «It's time to go», dann wäre meine Antwort «I'm not finished yet». Und das habe ich das Gefühl, das ist meine Fantasie. «Well, I'm not quite finished yet» oder «Ich bin noch nicht ganz fertig». Das ist so etwas, was ich mir vorstelle. Das ist so, ich verwirte ich dolor, Sie wissen was ein bisschen zu sehr stresset,